Guck mal, jetzt verdammt das Wasser. Das ist wieder rausspülen, das ist reines Wasser, was man rauskriegt. Clean Energy. Nein, nicht Clean Energy. Aber ganz ehrlich, vor der Luft her. Ja. Ich meine, die kleinen Stücke, jedes Mal, wenn da so ein Stück vom Dach abgebrochen ist und hochgeflogen ist. Das Silberne, ne? Das ist alles Asbest... Ne, das Silberne nicht, sondern rein nur das Asbestdach da, dieses gedüffelte. Das ist so gemein. Guck mal, ich hab auch eine Kamera. Ich bin ein Mann, also bin ein Kameramann. Aber ich darf nicht so weit nach vorne. Da passiert nichts mehr. Da passiert nichts mehr. Also wenn die Fester da noch drin sind, dann werden die jetzt hier abgekühlt. Da aufer, sie sind so warm und jetzt kommt die plötzlich abkühlen. Ja, aber Lothar meint normalerweise bei dieser Hitze, das wäre nicht so lang. Ich denke mal, bei der letzten Explosion... Ja, das war richtig, ja. Guck mal, wir sind weg und die Gaffa kommt trotzdem, also sind wir nicht schuld. Ja, genau, und das ist der Beweis. Die Gaffa kommt auch ohne und... Ja, die Gaffa kommt auch ohne und... Guck mal, man hat Lothar gesagt, dass man ein Buch geht und es fällt da hinten rüber. Wir bleiben beide nicht über. So? Wo hinten rüber? Lothar? Also es knallt. Also es knallt. Nein, 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 nein. Also das ist jetzt von oben da, ich denke. Ja. Aber ich werde ja jetzt auch nicht so nett, dass ich viele kleine Videos habe. Ich weiß nicht, ob die Gaffa kommt, wenn das mal so... Ne, da war Strom. Was? Strom. Ach, das fing an den hier. Ja. Wegen Strom? Wo? Nicht wegen der Fässler? Ne. Weil das... Das hat die ganze Zeit gepunkt. Ja, das gepunkt ja, aber das war ja nicht gefährlich, oder? Oder dann kommt das... Ach, die haben jetzt auch einen Platzverweis gekriegt. Aber Gott, das kann immer passieren. Ich meine, in jedem Haus, was brennt, sind Stromleitungen, die... Ja, wahrscheinlich, weil die Offenladen... Ja. Aber die sollten da ja auch nicht reingehen. Ja. Hier wohnt ich, das ist da offensichtlich. Was ist das? Ja. Ja. Ja, ich weiß, dass die das bei dir oben ist. Da haben die ja was gemacht, oder? Ja. Gott, also offene Leitungen... Ne, warst du... Oh, du warst nicht los. Ja, ich bin halt unter Fußflug. Nee. Ja, ich bin halt... Ich bin so gut... Ich bin so gut in der Abzeige, glaube ich. Aber das ist... Das ist das letzte Jahr nicht. Ich hab's das... Ja. Nee. Ich bin so gut. Ja. Ich bin so gut. Ja, aber das war alles neu, ne? Ja. Ja. So, jetzt wird die Lübe... Ja. Ja. Oh.